Und dann von der Fassade aus das Feuer in weitere Wohnungen reinläuft. Das ist schon ein Fall, der Gott sei Dank sonst nicht vorkommt, denn sonst hätte die Feuerwehr noch ganz andere Probleme bei jedem Zimmerbrand zu erwarten. Welche Rolle spielte das Dämmmaterial Polysterol? Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein. Die Konstruktion sei zwar möglicherweise brandfördernd gewesen, jedoch nicht vorschriftswidrig im strafrechtlichen Sinne. Nicht wirklich beruhigend, denn jährlich werden in Deutschland hunderttausende Fassaden mit Platten aus Polysterol beklebt. Wie hoch ist das Brandrisiko bei diesem Material? Das ist ein Geschäft mit dem Dämmstoff. Gegen die Brandgefahr setze man spezielle Chemikalien ein, sogenannte Flammhämmer. Sie verhindern, dass diese Platten zumindest in einem Zustand in Brand geraten, der nicht kontrollierbar ist. Und erfüllen alle die gesetzlichen Vorschriften, die wir in Deutschland haben. Und wenn sie heute an eine Fassade gehen mit dem Feuerzeug, wenn die Fassade im Prinzip versuchen anzubrennen, werden sie merken, dass das nicht geht. Die schmaucht etwas vor sich hin und dann war es das. Wenn aber zum Beispiel ein ganzer Müllcontainer an einem Haus in Brand gerät, sieht das offenbar schon anders aus. Wie im Juni 2011 im niedersächsischen Delmenhorst. Dort brannte die Polysterol-Dämmung von fünf Häusern gleichzeitig. Bei mehr als 80 Prozent aller Dämmungen in Deutschland wird Polysterol eingesetzt. Wie gefährlich ist das? Um das herauszufinden, lassen wir einen Brandversuch machen. Bei der Materialprüfanstalt in Braunschweig installiert ein Fachbetrieb zunächst ein Wärmedämmverbundsystem. 16 Zentimeter dickes Polysterol, geschützt durch Armierung, Putz und Anstrich. Prüfingenieur Olaf Riese führt den Test für uns durch. Der Versuchsaufbau lehnt sich an offizielle Brandprüfungen an. Die meisten Brände brechen zunächst in einer Wohnung aus. Platzen wegen der Hitze die Scheiben, dann treffen die Flammen mit voller Wucht auf die Dämmung am Fenstersturz. Das ist so aufgebaut, wie das zunächst jetzt auch von dem Hersteller vorgegeben ist. Da gibt es eine Zulassung für das System. Das ist also ein gängiges System, was an den Fassaden, wie man sie in Deutschland, aber ich schätze auch in europäischen Ländern wiederfindet, regelmäßig vorfindet. Mit einer Ausnahme. Werden Mehrfamilienhäuser mit Polysterol gedämmt, dann müssen eigentlich Brandsperren eingebaut werden. Das sind Streifen aus nicht brennbarer Mineralwolle in gefährdeten Bereichen wie dem Fenstersturz. Doch eine weniger aufwendige Alternative ist auch zulässig und zur Regel geworden. Umlaufende Brandriegel nach jedem zweiten Stockwerk. In den Zwischengeschossen gibt es dann also keine horizontalen Brandriegel. Und bei Einfamilienhäusern sind sie überhaupt nicht vorgeschrieben. Weil es also gängige Praxis ist, haben auch wir die Brandsperre direkt über dem Fenstersturz weggelassen. Zündung! Die Flammen aus diesem Brenner entsprechen der Stärke eines durchschnittlichen Zimmerbrandes. 20 Minuten muss das Wärmedämmverbundsystem den Flammen standhalten. Pro forma ist die Feuerwehr dabei. Noch wirken die Männer etwas gelangweilt. Ja, da sieht man schon ein bisschen Veränderungen. Ich würde sagen, dass der Sturz da doch schon so ein bisschen in den Mittelpunkt bewegt. Ja, jetzt gibt es brennendes Abtropfen nach drei Minuten. Vielleicht kannst du mal kommen, Daniel. Das sieht eigentlich doch schon recht heftig aus. Okay, heftig. Ich würde mal sagen, dass wir die RGA noch mal ein bisschen hochfahren. Ja, volle Pulle. Schon nach acht Minuten gerät der Versuch außer Kontrolle. Am Boden eine Lache aus brennendem Polystyrol. Die Wärmedämmung steht lichterloh in Flammen. Giftiger Rauch breitet sich aus. Jetzt geht die Wand weg. Es wird zu gefährlich. Die Männer müssen den Versuch abbrechen. Ja, los. Es kann losgehen. So, es wird jetzt gelöscht. Brenner sind aus. Zum Glück ist die Feuerwehr da. Unter schwerem Atemschutz tritt der Lösch-Trupp in Aktion. In der Praxis können solche Brände verheerende Schäden anrichten. So wie in Delmenhorst. Sind die Brandschutzbestimmungen für Polysterol-Dämmungen ausreichend? Experten haben da ihre Zweifel. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun, bevor ganze Städte mit Gebäuden errichtet sind, die ein hohes Brandrisiko darstellen, letztlich für die Bewohner. Wenn die Bewohner das wüssten, würden sie, glaube ich, deswegen auf die Straße gehen. Aber solche Dinge sind etwas für Fachleute. Und der Bewohner wird dann allenfalls wie hier nachts um zwei im Schlaf vom Brand überrascht. In Pankow hat man aus dem Großbrand etwas gelernt. Zwar wurde danach wieder mit Polysterol gedämmt, doch immerhin gibt es hier jetzt eine Sprinkleranlage. Davon können die meisten Mieter hinter brenzligen Dämmungen nur träumen. Die ausführliche Dokumentation über den Wahnsinn Wärmedämmungen können Sie heute Abend sehen. In der Sendung 45 Minn um 22 Uhr hier im NDR Fernsehen. Labels sollen...